Guten Tag, ich bin Isabelle. Ich bin Jean-Jacques, ich hoffe, dass ich dich gut auch an diesen speziellen, normalen Zeiten, vom normalen Konfinement. Mein Name ist auch mein Lieblingsnights. Das schneit da, den ich all die Jahre nicht gewusst habe. Und ich war immer da. Ich wusste mir nicht, dass sie gekommen sind. Mit dem Auto, den Markt etc. Ich meine, die Geschichte zu ziehen, die kennt. Wir sind auch da, für euch mit dem Markt zu erzählen. Die hat vielleicht gemerkt, wenn wir eine längere Zeit noch nicht präsent haben. Wir haben aber auch noch einen Grund geschafft. Wir haben auch für ihr geschafft. Das habt ihr mal gemacht, oder? Ein Internet-Site auf www.constellation.plurel.lu Oder .com. Also .com.lu Und wenn ihr da seid, was ich genau, was ich präzise, und was ich jetzt noch in der nächsten Video, damit ich mich klarere. Aber wir können uns mal einfach gucken, in diesem Tag, in diesem Tag. 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 In diesem Tag, in diesem Tag. 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 zamics.